An einem sonnigen Tag in Kalifornien, an einer wunderschönen Promenade, fährt eine voll krasse Parade durch. Die Gorillas sind da. Eine Band, wie sie ihn steingemeißelt stiehlt. Mit völlig durchgeknallten Charakteren. Sie sitzen auf einem Truck, wie man das von ihnen gewohnt ist. Noodles wedelt die ganze Zeit mit einem Zuckerstangentil in der Luft rum und winkt damit der Masse. Von Zeit zu Zeit schmeißt sie auch mal einen nach den Leuten. Murdoch, mit seiner Gatlinge hinten auf dem Fahrzeug, schießt mit Bonbons und Kondomen in die Menge. Sie feiern. Sie grünen. Überall läuft Musik. Die Stimmung ist bestens. Die Parade geht bis an den Strand. Der Tag vergeht. Es gibt ein Riesenkonzert. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der, an dem jemand von einem Dildo ohnmächtig geschlagen worden ist. Die Gorillas haben jemand mit einem Dildo ohnmächtig gehauen. Die Moral von der Geschichte, wirf nicht mit harten Dingen von Fahrzeugen, während du sie fährst. Das ist keine gute Idee.